Ja, erstmal herzlichen Dank, das war gigantisch tatsächlich, also meine Erwartungen übertroffen, dass du so tief reingehst in die Materie. Herzlichen Dank. Das ist einfach auch der Punkt, man nimmt sich alleine gar nicht die Zeit dafür, sich so tiefgründig diese Gedanken zu machen. Ja, vielen, vielen Dank, Thorsten. Also was ich gemerkt habe, wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt total Lust, mich da noch mehr mit zu beschäftigen. Also das war wie so ein, ihr hattet so den Lichtschalter jetzt einmal angeknipst. Ja, das, was du gerade gehört hast, waren einige Teilnehmerstimmen aus meinem Jahresend-Workshop aus dem vergangenen Jahr. Warum veranstalte ich jedes Jahr einen solchen Jahresend-Workshop und warum ist es in der aktuellen Zeit so extrem wichtig, Inspiration, Motivation und eine positive Grundstimmung zu tanken, dich mit Dingen zu beschäftigen, die dich aus diesem Jammerteil der meisten da draußen rausholen. Ja, ich weiß, es ist da draußen immer wieder die Rede von Krieg, von Inflation, die Mehrwertsteuer wird angepasst und so weiter. Aber ob du erfolgreich bist oder nicht, hat vor allem mit dir selber zu tun, hat damit zu tun, was zwischen deinen Ohren passiert. Und genau aus diesem Grund ist es jetzt an dir, an diesem Workshop zum Ende des Jahres teilzunehmen, die 8 Game Changer für ein mega erfolgreiches 2025. Wenn du dabei sein möchtest, lade ich dich hiermit herzlich ein. Der Workshop ist für dich kostenlos. Das ist mein Dankeschön an meine Community, an meine Newsletter-Empfängern, meine WhatsApp-Liste und natürlich auch an meine bestehenden Kunden. Motivation, Inspiration zu tanken und die 8 Game Changer für das kommende Jahr mitzunehmen. Du wirst mit diesen 8 Game Changer vermutlich schon Ende dieses Jahres starten und die ersten Umsetzungspunkte, die du dir während dem Workshop aufschreibst, in Bewegung bringen. Mein Ziel ist mit diesem Workshop, dass wir Momentum erzeugen, dass wir Energie, dass wir Power erzeugen. Denn das ist das, was wir alle im kommenden Jahr brauchen werden. Wir brauchen die Energie, wir brauchen den Weitblick, wir brauchen die positive Grundstimmung und dabei möchte ich dich unterstützen. Diese 8 Game Changer sind aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Natürlich haben wir das Thema Marketing mit dabei. Natürlich haben wir das Thema Unternehmensführung, Mindset, Automatisierung, Systeme mit dabei. Du bekommst zu jedem der einzelnen 8 Game Changer jeweils meine drei wichtigsten Strategien. Das, was zwischen den Zeilen passiert, lassen wir für den Augenblick mal beiseite, denn du bekommst sehr viel mehr. Du bekommst von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu diesen 8 Game Chagern, wie du die in deinem Unternehmen und deinem Alltag anwendest. Und das Ganze ist für dich völlig kostenlos. Das ist mein Dankeschön am Ende des Jahres, weil ich ein fantastisches Jahr hatte, tolle Menschen kennenlernen durfte, mit tollen Menschen zusammenarbeiten darf und diese begleiten darf in ein erfolgreiches 2025. Das ist der Grund, warum ich jetzt diesen Workshop, diesen Lehrgang anbiete. Die 8 Game Changer für ein mega erfolgreiches Jahr. Wenn du dabei sein willst, findest du hier auf der Internetseite alle Informationen dazu. Melde dich einfach an. Du bekommst dann einen Zoom-Link von mir zugeschickt und kannst an dem entsprechenden Datum live dabei sein. Nein, es wird keine Aufzeichnung geben. Und nein, du kannst nicht einen Tag später dir irgendwie den Workshop mal angucken, weil es ist keine Verkaufsveranstaltung. Es ist ein Workshop. Ich habe zuerst überlegt, ob ich den nur für meine Mentor-Klienten anbiete. Und ich habe mich aber dazu entschieden. Ich bin ein Freund von Karma. Ich glaube, dass wenn ich hier was gebe, auch kostenlos, unverbindlich rausgebe, ich bin davon überzeugt, dass der ein oder andere vielleicht irgendwann auf einem Umweg mich weiterempfiehlt oder sagt, hey, vielleicht sollte ich doch mal mit dem Thorsten Schäffer sprechen. Der scheint von vielen Dingen ziemlich viel Ahnung zu haben. Wenn du also dabei sein möchtest, klick jetzt hier unterhalb des Videos auf den Button. Informier dich hier auf der Seite. Hol dir den Link für den Workshop. Du wirst einige Tage vorher von mir nochmal eine Info bekommen, dass der Workshop stattfindet. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn du persönlich mit dabei bist. Bis dahin eine erfolgreiche Zeit. Eine tolle Adventszeit. Dein Thorsten Schäffer. Das hat unheimlich gut, da mal richtig Struktur oder auch einfach mal so eine Festigkeit reinzukriegen. Und wie gesagt, auch klarer zu werden in dem, was man möchte. Wir oder ich wollten uns auch noch bedanken und ich fand es sehr inspirierend. Die Umsetzung. Also du gehst so stark in die Umsetzung, finde ich. Das ist echt, echt klasse. Und ich merke, ich habe Lust, da weiter reinzugehen und glaube, dass das für mich ganz viel Klarheit bringen wird. Ich habe mir ungefähr zehn Sachen markiert mit einem gelben Marker, die ich direkt umsetzen möchte. Deswegen war mir dieser Termin auch sehr wichtig, weil ich wusste, dass es meine einzige Chance ist, Klarheit für das nächste Jahr reinzubringen. Und genau das hat es auch gewirkt. Sehr, sehr stark. Danke. Also ich bin einfach schockiert. Starke Arbeit. Wahnsinn. 달st sowasbe Säge切 Tac hoch geben. Vielen Dank.